Hallo, herzlich willkommen zu Hey, wie war das Spiel nach unserem Spiel gegen Fürstenfeldbruck. Wir gewinnen mit 27,26 in eigener Halle. Leider ohne Zuschauer das allererste Geisterspiel von uns in der Sporthalle Hamburg. Es war schon sehr, sehr ruhig, sehr, sehr komisch, muss ich sagen, tatsächlich. Ihr habt einfach gefehlt, muss man wirklich einfach so sagen. Aber wir haben gewonnen und das ist das Wichtigste. Es war ein hart umkämpfter Sieg, aber darüber möchte ich jetzt sprechen mit Leif Tissi und Jan Kleinerdamm. Und ich hoffe, die beiden haben mir schon mal eine Frage gestellt. Wenn ihr Fragen habt an die beiden zum Spiel, dann stellt die gerne hier rein. Ich bin gespannt. Jetzt muss Jan nur noch eine Anfrage senden. Ich kann sie ihm selber senden. Mal schauen. Ich sehe die beiden von hier tatsächlich. Er kommt nicht rein. Ah, hallo ihr beiden. Guten Abend. Grüß euch. Ich kann euch mal zeigen, wo ihr seid. Da unten seid ihr. Hallo. Hallo. Erwink doch mal richtig, bitte. Hallo. Gut. Ja. Haben wir. Haben wir. Schön. War witzig. Wie geht es euch nach dem Spiel? War ja doch sehr, sehr spannend. Ganz am Anfang sah es so aus, sah es eher nicht so gut aus. Aber dann seid ihr zur Halbzeit wieder gut rangekommen. Es stand, glaube ich, 10 zu 6 für Fürstenfeldtruck und seid dann auf 14.12 zur Halbzeit rausgegangen. Wie kann man das am Anfang beschreiben? Wie sieht das so gut? Sag ich jetzt mal. Der Anfang. Der Anfang. Was denn? Hört ihr mich? Der Anfang? Ja, der Anfang, genau. Ja, ich glaube, wir waren uns bewusst, dass wir gegen die 3-3-Abwehr viel zu arbeiten haben. Haben dann aber nicht die Laufarbeit geleistet, die wir im Training uns vorgenommen haben. Und dann noch dazu die Freien verworfen. Und ich glaube, dann wird es natürlich schwer gegen so eine Abwehr. Dafür sind sie dann auch zweitigermannschaftlich, die gut genug ist, dann dies auszunutzen. Ja, der Renato Sanchez des Handballs kommt hier. Ja, das finde ich sehr schön. Werden von beiden? Clay oder Lass? Prost. Sehr schön. Dann habt ihr das Spiel ganz gut wieder reinbekommen. Und am Ende sind sie wieder rangekommen. Und dann hat Forsti unter anderem ein paar Dinge reingeknallt. Ich habe hier auch Statistiken einmal zusammengebaut. Vielleicht könnt ihr das sehen. Leif, bester Torschütze mit sieben Toren. Und Dominik Axtmann mit fünf von fünf, der treffsicherste. Was war seine Rolle da heute? Ja, also Mitte der ersten Halbzeit hatten wir eine nicht so starke Phase, würde ich behaupten. Ich glaube, das steht sechs zu zehn oder so. Und dann kam Axtmann rein, soweit ich weiß. Haben wir auf 3-2-1-Deckung umgestellt. Und das kann er halt schon ganz gut. Hat da vorne ein, zwei wichtige Aktionen gehabt. Und auch hinten gerade dem Mittelmann von Fürstenfeldbruck das Spiel schwer gemacht. Und ich denke mal, es war schon relativ wichtig, dass er eingewechselt worden ist. Ich glaube, dann haben wir einen 8-1-Lauf von sechs zu zehn auf 14 zu elf. Auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Rolle Axtmann heute. Auch, dass er am Kreis gespielt hat. Das hatten wir uns auch im Training so vorgenommen. Großen Einfluss aufs Spiel genommen, wichtige Tore erzielt und auch eben eine gute Quote. Fünf von fünf, da kann man nicht meckern. Ich muss ja sagen, der Mittelmann von Fürstenfeldbruck, der war richtig gut. Der hat mir richtig gut gefallen. Was hat den so gefährlich gemacht? Ich glaube, er hat heute keine technischen Fehler gemacht auf der Mitte, was enorm wichtig ist. Trotzdem noch gefährlich gewesen. Und dann haben wir seine Jungs eingesetzt. Rund und gutes Spiel. Enorm schwer zu verteidigen. Ein schnelles 1 gegen 1 verzögert er dann aber doch, dass er nie an die Schritte rankommt. Dass er immer bei drei Schritten bleibt. Ich würde jetzt sagen, klassischer Hautdegen, obwohl er noch nicht so alt ist. Aber er hat das schon gut gemacht. Wir waren teils vielleicht zu passiv. Aber wie gesagt, oft die richtigen Entscheidungen getroffen. Dann ist es auch schwer, ihn zu stoppen. Und Jonas hat heute wieder gar nicht so eine überragende Quote wie beim letzten Mal. Trotzdem 25 Prozent. Und hat halt wichtige Dinge gehalten, gefühlt. Ja, würde ich so zustimmen. Viele, also waren wenige Rückraumwürfe dabei. Das heißt, er musste auch oft, also die Ausnahmen oft einen relativ guten Winkel. Also hat er da auch schwere Bälle weggenommen, auch in wichtigen Momenten. Ja, können wir froh sein, dass er da hinten drin war. Coco noch einen wichtigen weggenommen, wichtigen sieben Meter. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie geht es jetzt weiter für euch? Das nächste Spiel kommt ja eigentlich schon wieder relativ schnell. Okay, ihr habt jetzt ja acht Spiele im Dezember. Das ist ja schon ein Brett eigentlich, oder? Ja, das ist knackig. Das ist knackig. Aber ich glaube, wir haben jetzt, ich meine, wir haben morgen frei. Und dann haben wir uns noch ein paar Tage noch, um mit der Schalte vorzubereiten. Kennen wir, glaube ich, ganz gut noch aus der Vorbereitung. Was macht ihr an so einem freien Tag? Was passiert bei euch? Wie, was passiert bei euch? Wann? Ja, morgen am freien Tag. Was macht ihr da? Boah, ja, du stehst fragen. Du stehst fragen. Ja, Bleib muss ich erst mal erholen. Ich natürlich auch. Meine Stimme muss ich ein bisschen erholen vom ganzen Schrein. Jubel mich nicht. Ich habe das heute schon ab jetzt mal gehört. Du machst da ja richtig Stimmung da unten. Du machst da richtig Radau, muss man ja sagen. Dafür haben wir ihn. Ja. Meine Mutti sagt immer, ich bin die Jubelmaus. Nein, sagt sie nicht. Ich sag das. Ja, Leif und ich spielen morgen eine Runde Botscha zusammen wahrscheinlich. Online, online. Und dann mal gucken. Freitag wieder ins Training. Und dann kommt das Derby auch. Da haben wir auch alle Bock drauf. Wenn man euch jetzt bei PSN adden möchte, ne? Wie heißt ihr da? Wie ist denn dein Name? Wie wichtig ist Jalix? Jalix Name. Ja. Ich habe es gerade vergessen. Es tut mir leid. Aber wir spielen noch nicht viel Playstation. Außer Pro Club. Pro Club können sich gerne welche anmelden. Wir brauchen noch einen linken Verteidiger und einen Endverteidiger. So. Bei den Fragen gerne an HSV Amp. Genau. Alle Anfragen her damit. Ich schicke sie dann weiter. Hier fragt Ben, wie oft trainiert ihr? Also in der Regelwoche, wenn wir samstags spielen, sieben bis acht Mal. Ich glaube, fünf bis sechs Mal Hallentraining, zwei bis dreimal Krafttraining. Damit kommt man schon ganz gut hin. Sag mal ganz kurz, die Jungs von Fürstenfeldbruck sind heute um neun Uhr losgefahren. Heute um neun Uhr mit der Bahn. Ihr habt das jetzt ja auch oder schon ein paar Mal gemacht. Es ist schon und trotzdem hier so eine Leistung gebracht. Ich finde das ganz krass eigentlich. Weil es steckt doch schon in den Beinen, oder? Definitiv. Aber ich glaube, sie hatten ja immerhin die Anfahrt mit der Bahn. Die Bahn ist immer ein bisschen angenehmer als mit dem Bus, weil du da ein bisschen mehr Freiraum hast. Und es ist schneller geht, definitiv. Nichtsdestotrotz, wir hatten das auch gegen Groß-Fallschirm, meine ich, dass wir ein Tagestür gemacht haben. Und die sind schon knackig, muss man sagen. Wenn du nicht im Hotel bist und dich top vorbereiten kannst. Aber es hat ja auch bei uns geklappt. Aber es kann manchmal auch nicht schlecht sein. Also wir haben das in Groß-Wallschirm ja auch erlebt. Fürs Wettbruck hat halt auch wichtige Ausfälle. Der Halbrecht sowie der Halblinke, die sonst immer anfangen, war nicht dabei. Und wenn du halt am gleichen Tag anreist, hast du nicht so viel Zeit darüber nachzudenken. Und gehst vielleicht, auch wenn mit müden Beinen, aber vielleicht ein bisschen weniger verkopft an das Spiel ran. Deswegen finde ich, die haben wir da auch nicht schlecht gespielt. Aber es geht natürlich immer besser. Ich möchte ein anderes Thema aufmachen. Thema Haare, Thema Schnubbi. Sprechst du mir den richtigen, gerade was Schnauzer ist. Philipp Bauer, Baker hat einfach so einen geilen Schnubbi sich stehen lassen. Und auch Forstie, unglaublich, mit seinen neuen Haaren hier zurückgekehrt und so. Ich bin ein Fan. Was sagt ihr dazu? Du doch auch. Du doch auch. Ja, das auch. Einmal an die Zuschauer. Jari verkauft sich immer so ein bisschen als zurückhaltend, schüchtern. Aber wenn die Kamera aus ist, ist er immer sehr, sehr stolz auf seinen Schnubbi und auf seine Haare. Dann kann man den auch für loben. Auch mal für loben, aber er ist auch schon sehr selbstbewusst. Ich glaube, es arbeitet auch viel in der Mannschaft, haben einen guten Schnauzer. Also, ich bin kursiv, wir kehren. Ich muss jetzt ganz schnell das Thema ablecken. Obwohl ich ja auch sagen muss, Pipo, unser Athletic-Trainer, hat ja sogar, ich glaube, eine Internetseite. Der hat sich bei Movember.com oder so angemeldet und sammelt jetzt Geld mit seinem Schnubbi. Also, ich weiß, die Seite nicht genau, aber wer da unterstützen möchte, gerne mal bei Pipo Win, heißt er, glaube ich, bei Instagram. Ist ein Siegertyp. Und hinter seinem Kumpel, der übrigens Pressesprecher bei den Füchsen ist, mit dem macht er das zusammen. Und der ist sowas von Vorsprung. Der ist Vorsprung. Der ist im Vorsprung. Pipo hängt zurück. Also, Leute, supported Pipo. Ich bin nicht abgetrückt. Glückwunsch zum Sieg. Weil ich habe hier noch, wie viele seid ihr in der Tabelle? Boah, das weiß ich gerade gar nicht so genau. Wisst ihr jetzt, wie viele in der Tabelle sind? Wir gucken nicht auf die Tabelle, immer nur aufs nächste Spiel. So nenne ich. Macht man das wirklich? Ja, also, wenn ich, ich würde sagen, ja. Weil wir die letzten Jahre immer eigentlich das Ziel hatten, besser als im letzten Jahr zu sein. Und irgendwie bringt es auch nichts, sich mit der Tabelle zu beschäftigen. Ist halt eine Floskel. Aber du kannst dich freuen, über den Tabellen zu freuen, wie du willst. Wenn du dann drei Spiele am Stück verlierst, bist du da auf jeden Fall nicht mehr da, wo du vorher warst. Ja, aber ist ja so. Ja, ist richtig. Ja, das ist gut. Ihr fragt gerade jemand, wo ist Jonas. Ich weiß gerade nicht, ob Jonas Gerdt ist oder Jonas Meier gemeint ist. Sowohl als auch. Ich hoffe für Jonas, alias Felge, dass er duschen ist. Ja. Was soll er sonst machen? Habt ihr noch was Wichtiges, was ihr hier loswerden wollt? Meier. Ist auch duschen. Hoffentlich. Ist auch duschen. Ja. Auch duschen. Ja. Richten wir aus. Ja, richten wir aus. Sehr gut. Ja, Jungs. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns ja gleich. Ich winke euch nochmal kurz. Da. Ja. Warte. Das ist klasse. Was die Technik alles so kann, das ist ja reine Herren. Jetzt muss ich hier nur wieder zurückkommen. So. Okay, und vielen Dank für das Gespräch. Jedenfalls. Grüße raus. Schönen Abend. Schöne Grüße über dir. Ciao. Tschüss. So, kurz weggedrückt. Tschüss. Ähm, cool, dass ihr zugeguckt habt. Ähm, und, ja. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Sehr, sehr knapp. Übrigens hat Leif das letzte Tor gemacht. Ähm, ist mir gerade eingefallen. Ähm, mal wieder. Überragend. Ähm, ja. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und macht's gut. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.